Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde, Dead by Daylight, Survive with Friends, hey! Hey, ja, wir haben auch gar nicht irgendwie 50 Minuten gewartet, bis wir ja nicht mal in der Lobby sind. Eine neue Runde gefunden und ja, wir sind wieder alle am Start. Jetzt sind wir wieder dabei. Aber ich bin jetzt auch da und jetzt machen wir alle zusammen hier Happy Tree Friends überleben. Curry, 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 Curry! Hey Thomas Mann, du bist gar nicht mehr Level 19. Nee, ich habe leider mein Level verloren, weil ich gerade, ich wollte gerade, ja, Entschuldigung. Ich war, verstehe immer noch nicht, warum jetzt Thomas... Weil er auf seinem, auf seinem Trikot hinten Thomas draufstehen hat. Achso. Eigentlich heiße ich das Fommeth. Fommeth. Fommeth? Nee, Thomas fand ich lustiger. Hey Thomas. Finde ich schon cool. Hä? Hä? Was hast du denn gerade? Was ist mit dir jetzt? Das war, das war eine Mischung aus, äh, Lähnen vorhindern und einfach seufzen, so. Ah. Okay. Was tue ich denn? Ah. Entschuldigung, es ist immer schwer hier. Du hast Spaß bei uns, ne? Du hast echt Spaß bei uns. Oh, Kohlelager, cool. Ah, nice. Ich habe die Fasselappe heute dabei, die habe ich heute mal ausgerüstet. Boah, hat jemand immer, hat jemand schon mal Abenteuer des Survival? Ey, 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 ey! Ja, guck mal, guck mich mal an! Der Kinder ist schon da? Was denn? Hey! Komm hier rüber! Hey! Komm mal her! Hey du! Hey du! Hey du! Hey, komm mal her! Was macht der denn da? Wo bist du denn? Komm mal her! Wie ist der Killer schon da? Bei mir ist mein Killer. Warte mal, bleib mal stehen. Ja. Was ist denn los? Auf drei drücken wir zwei, ja? Okay. Okay, eins, zwei, drei. Was ist denn das für ein Killer, Thomas? Oh, oh, oh! Ich weiß es nicht, aber der ist dauernd hier. Fallensteller. War das bei euch? Oh, ich hab auch grade... Toll, war die Scheiße gemacht, hab ich krieg selber schon. Ah, wo bist du denn? Wo bist du denn? Hör, ich blüte hier, alles voll! Ist schon wieder soweit, ja? Ich konnte grad nicht... Den exakten gleichen mit gestern schon. Ah! Hier ist der mit dein Tampon! Han, wo bist du denn? Ah, nein! Hey Timothy! Timothy! Hey, ich... Hey, ich... Ich bin so von Tee aus Blut! Danke schön, dass ich dich nicht gemacht! Curry? Curry ist grad da und ist schon angeschnitten. Schön Curry, schön! Lass mal einen Lachse aus Curry schneiden! Das ist irgendwie alles rausgekommen! Guck mal! Ey, ey, ey! Guck mal! Was denn? Alter, der ist voll schnell! Greif mit inzwischen der Lachse, Junge! Ach so, sollen wir zusammen vielleicht irgendwo hingehen? Ey, der ist irgendwo bei der Hütte! Ich habe dich verloren! Ich geh mal in Richtung dieser Hütte! Das ist wirklich ein Feinsteller! Okay! Ich find keinen Generator! Was ist hier los? Der ist bei der Hütte! Beim Haus! Bei welchem Haus? Bei dem großen? Das find ich nicht gut! Ja! Ah, ich geh mal hier runter und runter! Oh, das ist aber toll! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der hat mich gleich das zweite Mal! Nein! Oh nein, Kevin! Scheiße! Wollte mir irgendwie... Ah, da ist ein Generator! Oh, da ist ein Generator! Oh, er hat immer noch keine Generatoren gemacht! Hier ist ein Generator! Hier ist ein Generator! Ja! Hä? Alles gut! Hä? Ich kann den Generator nicht! Gleich vorne, ja! Hey, ciao Curry, ne? Soll man dann gleich den Curry retten? Ist der noch bei dir Curry? Ja, der kommt jetzt... Der macht eine Falle hin! Oh, nee! Der macht eine Falle unter mich! Also, der kann doch nicht sein erster Hörer! Oh! Was fällt dir ein? Komm mal rüber hier mit deinem Apache-Bimmel! Lass rein! Der ist noch da, ne? Ja, der kämmt und jetzt haut er auf mich ein, die Sau! Alter, was für ein... Spricher! Ey, kann... Guck mal, der kommt hier! Äh, was dem Hut und so... Wie scheiße! Äh, dem Gimisch-Box ins Gesicht, alter! Ah! Mein Curry! Aber der steht einfach vor mir! Guck mal! Der haut nicht sogar noch! Was machen wir? Der Curry, das heißt... Das ist doch nicht sein Ernst, alter! Der geht doch nicht weg, ne? Ich... Warte, ich leg mich ab und mach einfach das Handzeichen! Der geht nicht weg! Nee? Der geht nicht weg! Nee, sie... Das ist wie so ein Tumor, einfach! Komm, komm! Nee, das ist ein richtiger Assi, der kämmt die ganze Zeit! Okay! Jetzt! Der rette ihn, rette ihn! Ah, jetzt kommt er zurück! Scheiße! Jetzt hat er gerochen! Ja? Es war so schön! Der riecht doch sehr mal! Guck mal, er haupt jetzt auch mal! Der ist richtig aggressiv, ne? Ah! Schade! Den... Den hat man irgendwie beleidigt oder so! Was ist hier mit ihm los? Der Mittagessen war heute, das stimmt nicht! Gute Nacht! Der Augenherpes! Aber vor allem, ich find auch keinen beschissenen Generator! Ja! Bis am Auge! Das ist echt ein Problem! So, Leute, ihr müsst hier Generatoren machen! Das wird lustig! Ja, gut! Ja! Jetzt muss ich um ihn! Tobi, Pro Game! Wann ist los? Tobi, hast du uns hier gewonnen? Du bist gut! Tobi, hast du uns hier gewonnen? Hat er nicht gesehen, dass ich weggerannt bin? Jetzt versteckt er sich hinter einer kleinen Kiste und rennt wieder weiter! Wer ist denn? Oh! Das! Warst du das? Warte mal, warte mal, ja! Jetzt hat er dich gesehen! Er hat dich gesehen! Tobi hat dich gesehen, Mann! Das kann doch nicht sein Ernst sein, Alter! Tobi nicht! Du musst jetzt mit ihnen spielen! Okay! Da ist die nächste Palette! Kann ich die machen, Curry? Doch, links, links, links! Nein! Tobi! Guck mal mit! Guck mal, wie das rausfließ! Was ist das denn? Hast du das gesehen? Alter, von am Splattern, ey! Ja, ne? Ein ganzes Bildschirm ist das verdammt! Ich hab ne Wunde auf Doom, Alter! Was? Nein! Alter, dieses Fisch-Ding! Dieses verschissene Arschloch-Ding, Alter! Okay, was machen wir jetzt? Wir machen erst mal einen Generator zu Ende! Super! Theoretisch, den Generator zu Ende! Das Problem, dass wir da kennen, kriegen wir Tobi nicht! Mein Headset gerade schon wieder! Scheiße! Was mit dem Headset? Ich hab einen Wackelkontakt! Ich hör nicht! Okay, er kommt, er kommt, er kommt! Echt? Ja, aber der, der hat mich, der will mich hinhängen! Das ist genau auf dem, auf der Ohrmusche, die gerade ausgefallen ist! Ach, scheiße! Ach, deswegen, deswegen! Ich weiß gar nicht! Der kämpft wieder! Die Sau! Tobi, kämpft der? Ja, der kämpft! Tobi, mach es nicht! Na komm! Doch, warum? Er kämpft doch eh! Ich kann nichts machen! Oh! Jetzt haben wir noch weniger Zeit, um dich zu retten! Ja, der kämpft doch sowieso, Kevin! Nein! Man kann auch Pläne machen! Pläne, Pläne, Pläne! Ich seh's genau! Da steht in einem Baum! Ach, der kommt! Ja! Jetzt kommt er! Oh ok! Jetzt kommt der, und er geht wieder zurück! Ist der zu Tobi oder was? Ja, der ist Tobi, oder was? Ja, ja, der ist Tobi, oder was? Geh mal Tobi retten, geh mal Tobi retten! Yeah! Schnell! Ok, bin aufm Weg, bin aufm Weg! Jetzt! Ja! Ja! Joooo! dass er sewfer eckern weg der kommen verkrankt er kommt der belki Daniel Widrig ザichweiss aber ich ich wurde noch einmal gerettet das war ich günstig den Markt karaoke und noch geben 겁니다 Ja, ich glaube, er ist wirklich nicht mehr zu retten, weil du warst gerade fast down, ne? Gute Nacht, Tobi. Ich bin eh tot, also von daher, go. Bist du direkt tot? Ja, voll episch. Thomas! Oh fuck, der Generator ist so gut wie Pan, der Generator, wo wir gerade waren. Ja, ich bin jetzt hier oben im Haus. Ja, stimmt. Okay, der Generator ist gut wie fertig. Ja, wo wir gerade waren. Ich will dich retten, ich hab ne Taschenlampe. Dann mach ich den kaputt. Dreckig, geh den anderen Generator so. Karin, wem guckst du denn gerade zu? Thomas oder? Ich guck den Thomas, ja. Ja gut, dann geh ich mal zur Pan. Ja, hier ist nicht so viel. Hier sehen wir einen Pandoria in ihrem typischen... Ein Pandoria. Kannst du mir sagen, wo du bist, Thomas? So ungefähr? Ja, ich bin grad in der, ich bin grad in der, in der einsamen, im einsamen Hütchen. Ich verstecke mich gerade. Der ist wirklich Thomas jetzt. Ich bin willkommen? Ey, geil. Ah, oh scheiße nein, komm bitte, bitte find mich nicht. Hier ist der Generator, glaube ich. Bitte find mich nicht. Wo bist du? Ich geh wieder hin zum Generator. Wo? Oh nein. Der ist sowieso was? Oh mein Gott, get away you little truck. Wo ist denn der Killer? Gerade hier bei mir. An diesem kaputten Ding, wo man nicht rein kann. Er holt dir gerade irgendeine Falle. Du musst weggehen, senk dann, er hört dich, ne? Ja, 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 deswegen bin ich auch grad ein bisschen weiter hier. Sehr gut. Insel Wildnis. Oh, oh, er hat dich gesehen, er hat dich gesehen. Thomas, er hat mich? Oder Pan? Ne, 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 nicht dich. Ach, da drüben. Oh nein, Pan. Ja, er, er. Ja, ich seh ihn gerade. Oh nein, Pan. Pan, äh, äh, äh. Rein, Toilette. Was, Toilette? Die Toilette? Die Toilette muss auf die Toilette und zeig dir die Joghurtte. Let's go. Hä, das war das kleine Stück noch? Oh, wie mies. Ja, das war wirklich nur so ein Millimeter. Ah. Hier ist die, hier ist die Luke. Am Haus. Sehr gut. Die Luke ist am Haus. Okay, alles klar. Okay, sehr gut. Das is good. Du kannst gleich weiter. Richtig gut ist gut. Solange mindestens einer entkommt, ist alles gut. Wann ist die Runde ein Erfolg? Geh, geh am besten zur Luke. Ich glaub, die Pan ist doch auch... Ist die Pan auch tot? Ne. Wo ist er denn, wo ist dein Kinder? Ah, da bringt er sie gerade. Er kämmt eh bei ihr. Glaub ich. Denk ich. Oh, wenn der Wunsch da runtergeht, wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Wo ist die Luke hier? Okay, wo ist die Luke hier? Wo ist die Luke hier? Rechts am Haus. Am Haus. Einmal rumlaufen. Genau. Ihr habt die gesehen, ne? Ja. Jetzt noch mal links. So, bist du für den Anruhrhallen? Geradeaus, 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 geradeaus. Dann lenken wir bei dir, ne? Hat deine Mutter dich nicht geliebt, oder was? Irgendwo hier muss die sein. Noch weiter, weiter, weiter. Ne, re... Die ist auf jeden Fall irgendwo im Haus hier. Jetzt bin ich einmal rumgelaufen. Ich lenke hier zu lange auf. Ah, da ist sie. Da ist sie, da ist sie. Uiuiuiui. Also wenn er kämpft... Also wenn er kämpft... Er kämpft, ne? Ja, ja, er kämpft. Ich sage das ungern, aber... Bitte geh zu den Engeln. Ich will nicht, dass du dich quälst. Ich hab's getan. Ich hab's getan. So, Thomas. Jetzt ab durchs Loch. Doch, juhu. Geht's, Alter. Ich hoffe. Geht die Luke jetzt mal auf!? Ja, die soll. Ähm. Ich hoffe. Nein. Warte mal. Jetzt sieh's am! Der, der, der da! Scheeü. Ur... Schlampiger Schlachter. Ja, er war... Ich wollte ihn wirklich nicht zurücklassen, aber der camp, und das macht keinen Sinn dann. Ja, er lässt Leute krasser bluten. Ja, das hab man gemerkt. Das war immer wie so ein Feuerwerk um einen herum. Ich fand das von der Pan vorhin voll gut. Ich hing so am Haken, weißt du, sag so, ich bin nicht mehr zu retten. Und die Pan so, ja, ich glaub, der ist wirklich nicht mehr zu retten. Nein, so mein ich das. Das hab ich gefeiert. Voll liebevoll einfach. Voll die epische Szene so, äh, äh. Ja, komm, wir gehen. Ja, Level 12! Puh! Ich bin schon wieder Level 20, ey. Wiederschön. Also Level, äh, hier, ne? Ach so, ah, okay. Echt? Ach, scheiße. Da, wo die Webcam drauf ist, ne? Aha. So. Ja. Hm. Ach so, ich kann jetzt hier nochmal was vergeben. Ich muss noch sammeln. Ich war zu kreise. Ja komm, wir wärst mal da gewesen, ne? Hier. Ja. Gebeling. Gucken wir mal. Ah, ich hätt die Geheimkiste nehmen, ich bin doch nicht vollidiot. Ich hab, ne, ich hab ne sehr, sehr seltene Opfergabe. Nila, Macmillions Fingerknochen erhöht enorm die Chance zum Macmillions Anwesenden geschickt zu werden. Aber für mich... Ja, das gefällt mir gut. So ein Fingerknochen ist ja immer was nicht falsch. Wecker Schmeckknochen. Kann man immer abknabbern wie so ein Hähnchen Schenker. So, ihr müsst es auch nicht annehmen, aber ich mach schon mal. Mhm. Schnabberknabber. Eins, zwei, drei. Knusperparty. Das ist zum Spielen. Kennst du das? Schnabberknabberknusperparty. Was? 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 Knusperparty kennt ihr nicht, ne? Von deinem Weichtstuhl. Kennt jemand deinen Weichtstuhl? Hm, nicht, dass ich wüsste. Okay. Wird dann auch egal. Ne, das wollt ihr auch gar nicht wissen. Also, dieses... Also, jetzt, äh... Die Frage ist, sollen wir hier direkt einen Schnitt machen, bis wir da durch sind, oder wollen wir schon lustige Geschichten erzählen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Wir gucken, wie lange es dauert. Wir können es halt dreimal probieren und dann machen wir einen Cut. Ja, machen wir so mal. Das ist besser. Searching for Games. Ey. Geht schon gut los. Mit Fluffy. Guck mal, der Curry ist wieder da. Der Curry ist wieder da. Ey, Mann, das wollte ich grad schreiben, Tobin. Ja, hab ich vorhin auch die ganze Zeit gemacht, als du dich da warst, Mann. Er hat dich gut vertreten. Achso. Entschuldigung. Oh, Fluffis. Voll geil. Ich hab jetzt voll Bock auf Fluffis. Was sind denn Fluffis? Ich will auch bisschen was... Erst Kibbeling, jetzt Fluff... Achso. Bitcoins sind nicht so. Stehst du mit dem Handy da, weißt du? Wie ein Pokémon-Ding immer so. Bei Fluffis muss ich irgendwie so an Pantoffeln denken. Ich muss ja... Bei Fluffis muss ich an Dings denken. An... Marshmallows. Marshmallows, genau. Ja, so Marshmallows. Wobei ich Marshmallows immer geiler fand, wenn sie nicht gebrutzelt sind. Wenn die was? Wenn die nicht gebrutzelt sind. Geboren zu uns Hund sind. Was ist denn los mit uns? Ich hatte grad so'n komischen Fehler. Tobias, du hast so'n komischen Fehler. So. Ach Mensch. Läuft. Das ist... Das wär viel toller, wenn das viel schneller gehen würde. Einer von uns. Einer von... Pan? Ja? Das find ich nicht gut. Boah, geil. Dann mach ich nen Screenshot von für nachher. Was was denn für'n Schmiel, Tobi? Tobi! Ja, mach doch mal am besten Curry. Ist das ein Schmiel? Ja doch, er kennt man schon. Wie willst du den sonst machen, ne? Ja, ich dachte... Von oben. Von oben gesehen. Nee, war das nicht irgendwie so? Ja, genau. Das können wir natürlich auch machen, ja. Natürlich nur z... Drei... Drei gleicher Zeichen. Curry, natür... Tobi! Tobi! Zwei von euch müssen noch, ihr... Gucken. Oh ja, ey. Fertig. Warum schreibt er schon wieder Spritz? Drei D Akkundi. Hä? Sollt kein gleicher Zeichen machen, wenn der sehr dünn ist. Aber warum? So ein Pilzkopf, Alter. Ohne die drunter stecken, Alter. Ich brauch dafür immer einen Schuh anziehen. Curry, drücken! Ich hab doch gerade... Ja, musst du nochmal. Ja, natürlich Curry. Ja, spiel mit der Snake, weißt du. Hehehe. Searching for games. Läuft. Keine viele gewohnt. Läuft wieder. Es ist so schön. Eine ist immer anders als die andere. So? Vielleicht? So ein Tellerwachen. So zwei Toffee-Fees einfach. Einmal nur Tüppel schon los. Oh, Toffee-Fee, ey. Es gab mal so ein Wrestler, der hieß The Great Khali. Der hatte echt zwei... Wieso zwei Toffee-Feehn-Nippel einfach, echt? Das sah echt aus. Curry, Curry, drücken! Hä, ich bin auch bereit. Ja, es ist ein Bug, es ist ein Bug. Echt dick viel Spaß und Toffee-Fee, viel Spaß und Toffee-Fee. Tobi, ganz schwer, auch mal so auf den Kopfhörig, Great Khali. Ich bin doch mal jetzt. Das macht mich an. Findest du das geil? Wer ist ein Great Khali? Ein Wressler. Aber Wressling ist nur Show. Heißt er K-Heißt er Khali oder heißt er Khali mit Haar? Mit Haar. Mit Haar. Der ist gleich aus Indien. Ah, okay. Ein Fakir. Ein Fakir. Ja. Wie sieht er aus? 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 Ja, großartig. Spielrunden suchen. Die vierte Folge ist das eigentlich die wir heute aufnehmen? Aber wenn das nicht so... Keine Ahnung. Die vierte. Die vierte? Jo. Ach ja. Ja. Soll wir hier schneiden? Ja, ich glaub schon. Ja? Soll ich schneiden? Ist grad so witzig. Findest du? Ja. Ja, 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 bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ich gebe jetzt Salami wohl. Oh, das ist ja, ja. Oh, das ist ja, ja. Oh, das ist ja, ja. Ein Stift. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja, ja. Ich starte halt immer eine neue Aufnahme. Ich muss einfach mal mit steigen. Oh, das ist ja, ja. Das ist ja für mich. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Der Stift alle hin. Wer klaut denn hier mal die Stifte? Du! Ja, ich glaube auch. Hat Pan dir zufällig welche mitgebracht? Weil sie sie sich auch reingekauft hat. Warum? What? Ich glaube immer, muss der Stift. Mhm. Der Prinz zur Rolle. Ja, ja. So, gut. Ah ja, Curry ist ja eh nicht da, ne? Ja, toll, jetzt geht er sich eine Salami holen, weißte? Ah, dann geh ich pissen. Okay, dann bin ich da. Oh, warte mal. Ja, was denn? Halt sucht. Ja, glaubst du selber nicht, dass das funktioniert? Obwohl, ich muss pissen, aber klar, ich muss pissen, war klar, war ja klar, großartig. Heute ist mein Tag. Ich werde jetzt die ganze Zeit so sitzen hier. Hallo. Hey Curi. Vielleicht kannst du schnell pinkeln gehen, wenn du das jetzt ganz schnell beeinflusst. Ich sollte immer Salami holen gehen. Ne, 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 ich werde das jetzt durchziehen. Der eine muss pinkeln, der andere holt sich eine Salami. Ja, wir hatten keine Salami mehr. Alter. Was denn? Schöner, warmer Eigensaftel. Hä? Hä? Er hat gerade gesagt, er zieht die Pisso und spuckt so aus. Hä, Curi? Hallo? Hallo? Ja, lass dir Salami schmecken. Ist das Urin-Salami? Der Killer will uns doch. Der Curi malt die ganze Zeit so Penisdinger in den Chat, weißt du? Und dann schiebt er sich einfach schöne Salami rein, so ein salziger, weißt du? Ja, das hat mich jetzt in Stimmung gebracht. Ja, ich weiß. Was? Der isst die auch gar nicht, der leckt die einfach ganz lassiv. Wie so ein Kirschnittenstift, weißt du? Der knötert sich bestimmt auch vorne so eine fette Wölbung erstmal zusammen. Tobi, ich weiß was du willst. Hä? Bestimmt nicht deine Salami, mein Freund. Ich mach dir Knödel, Schnuckiputz. Wurstknödel, oder? Grobe Mettwurst. Und diese fette Fleischwurst, kennst du die immer? Vom Tobi, ja. Ja, ja, natürlich. Was hast du mit dir noch? Natürlich. Die muss man auch erst mal so aufschneiden, damit man diesen Hand nicht mitisst. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, jetzt einfach. Oh, Ii. Oh. Gut, dass ich schon aufnehme. Ich weiß schon, was ich dir morgen beim Einkaufen wohl. Was denn? Tobi, oder was? Ne, so eine Salami da, die wo du erst das Weiße abmachen musst. Hm. Ah, aber diese abgehangenen Salami. Oh, die sind so lecker. Das stimmt. Die harten. Ja, richtig harte Salami. Die sind aber echt gut. Wobei, es gibt auch so Bauernfleischwurst als Salami. Das ist auch geil. Nein, die harten. Oh. Aber das Weiße muss man gar nicht abmachen. Das kannst du mitessen. Hä? Das ist aber, das ist doch Darm. Hä? Das ist voll lecker. Ja, Darm ist doch auch mein Wurst. Curry frisst gern Darm, Alter. Ja, da weißt du, was du schweinend bist. Ihhh Curry man, Ihhh. Also, wir sind immer noch am Vorproduzieren und es ist ein langer Tag heute wieder. Irgendwie fiel denn dein Mad Eagle da. Hä, was wirst du denn? Und der Curry war bis gerade noch unterwegs, ist mit dem Zug direkt zur Aufnahme gefahren. Oh, wir haben den Geist am Start. Haben hier bin ich gefahren. Geist am Start. Hey, Toon. Ja, der ist direkt bei mir. Der holt mich gleich. Schön. Hey, wo ist er? Ich hab hier gerade ganz schönes Herz klopfen. Ich hab ein leichtes Herz klopfen. Ich auch. Herz klopfen. Oh Gott, da bin ich ja schon erwischt das erste Mal. Oh, Thomas, was machst du? Oh, hey. Thomas Mann. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Thomas. Hä? Lauf, 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 lauf. Der ist jetzt in der Dir her. Ja, ich kann. Thomas ist der neue Tobi. Ja, Thomas. Ey, ich versuche zu recovern. Nein, nicht hier rein! Nicht hier! Was ist denn los heute? Was ist denn los? Was könnte echt schnell gehen? Warum liest du denn immer da rein, wo ich bin? Bleiben Sie mal stehen, junger Mann. Ah, cool. Danke dir. Oh, da kommt der. Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Ich muss weg. Vorsicht, er kommt. Hey! Alter, was? Nein, ich bin am Stein hängen geblieben! Hey, was? Schickidim! Mach Bauchtanz, Tobi. Jetzt hilf! Kippe legen! Hey, wo ist dich man? Ja. Der kommt, Tobi. Der kommt, ja. Ach, scheiß drauf! Oh Gott, Tobi hat ihn weggelegt! Geh weg. Ich gucke mal so rein gehen, Alter! Der Curry hat mich einfach voll eingesperrt. Äh, der ist voll hinter mir, ey, ey, jetzt! Boah, ist der schnell. Alter, der ist mega schnell. Was ist mit ihm los? Der Mann ist krank! Oh, hallo. Wer hat's zu der nächsten Folge? Der gehört in die Behandlung! Ok, wir müssen jetzt uns konzentrieren. Tobi kriecht weg! Ja, ich muss da vorne, gleich zur Kistung. Ich versuche mich schon mal ein bisschen zu re-coveren, vielleicht. Warte, ich mach das Wiggeln, reicht wieder genau nur bis von... naja, diesmal... Ey, was soll das? Nein, hör auf! Oh nein, du hängst im Keller. Ja, natürlich. Und du auch gleich, der holt dich jetzt. Da stirbt man schneller. Oh, dankeschön. Das war ja echt lausig. Ich dachte, wenn der Curry wieder da ist, läuft's. Aber leider... Schönen guten Tag, junger Mann. Ja, wir kommen gleich, wir kommen gleich. Er hat ja noch nicht gesehen. Ne, der hängt... Nein, aber ich glaube, der holt Tobi. Der holt mich gerade noch. Ich guck mal kurz in die Kiste hier vorne. Okay, ich versuch den Geist zu blenden, ja. Das ist das traurigste Abbild der Geisel der Galaxie. Hey, hey. Wir sind zusammen, Tobi. Geht er hoch? Magst du eigentlich abgehangene Salami? Ja, mit weißem Dingdarm. Alter, was ist denn los heute? Wollt ihr mich verarschen? Nein! Wer ist der denn? Ich glaub dir, du trägst dein Arsch. Oh, das ist echt mies. Oh Gott. Ey, Tobi, Mann. Wir kommen wieder runter. Ey, Tobi. Ich bin den Stock, aber schon ziemlich anturnt. Wollter! Ach, kacke. Ich bin tot. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Der hat dich nicht gesehen. Der hat dich nicht gesehen. Ich hab gebickelt die Bärspiegel, ich noch runter. Doch, der ist in meine Richtung gelaufen. Der ist hier die ganze Zeit beim Haus hier. Der ist immer auch die ganze Zeit beim Haus. Hallo! Hey, Curry! Curry, bist du's? Hallo! Das ist die Next Generation, Alter. Okay, sagt mir jetzt mal genau, was der macht. Der hängt uns alle in den Keller. Ja, aber bleibt er da? Nee. Gute Nacht, Thomas. Alter. Was hast du für ein Metzlfest hier gerade? Curry, Curry, hast du Herzklopfen? Nee. Curry, wie man die letzten Stunden will er mit dir verbringen. Krass. Ey, da steht ein Arztkoffer, Curry, den brauchst du, Mann. Krass. Ich bin frei. Jetzt ist er weg. Womm, womm. Oh Gott. Nein! Oh, Pano, ja, das ist nicht gut. Du bist tot, du bist jetzt geschickt. Nein, was soll das? Hä? Das war's nicht. Curry! Alter, ernsthaft? Das ist Heldenhaftmann. Alter, von uns musst du es schaffen. Oh, Dreck. Alter, wart für ne Runde. Ich glaub, so schnell sind wir noch nie grepiert. Noch nie. Hä? Ihr geht weiter. Oh, okay. Geh, geh, geh! Curry! Curry! Nein, das ist echt mies. Oh Gott! Alter! Was ist das für eine Schlacht? Der Typ ist echt krass. Der ist auch voll schnell irgendwie. Der ist, glaub ich, voll high level. Der ist echt voll schnell. Der fliegt viel. Der fliegt viel. Okay, ich bin tot. Guck mal, der geht einfach voll ab. Der ist doch echt, also ganz ehrlich. Wie ist das denn passiert? 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 Ich glaube, wir haben noch nie so eine schlechte Runde abgeliefert. Oh, haben wir heute schon. Nein, der erste Folge. Ja gut, aber da war Curry nicht da. Hä? Hä? Ach, der sammelt noch Punkte. Der Tod-Penis. Nein, bitte nicht her, Killer. Bitte nicht, Killer-Chan. Bitte nicht. Killer-Chan. Dein Arsch ist nass übrigens. Ich kann nicht wiggeln! Hä? 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 Ich hab keine Kontrolle über meinen Charakter gerade. Ich bin gar nicht mehr. Ey, der hängt da einfach nur. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Oh, krass. Krass, das ist... Ich selber nicht zufrieden. Ich hatte keine... Ich konnte nicht wiggeln. Warum konnte ich den nicht wiggeln? War das ein Trick? Das war eine Darbietung. Das hab ich noch nie gesehen. Der hat uns einfach richtig hart zerfickt. Wow. Alter, was? Level 2 Blitz! Der Blitz. Was? Was ist da los? Schattenresistent. Na hier, dein kraftvoller Griff an den Überlebenden macht es nahezu unmöglich zu entkommen. Huah! Boah, Alter. Deswegen, deswegen. Huah! Stattst du wieder vom Rewe-Regal oder was? Huah! Deine Sicht ist heller um 20% und dein Blickfeld ist deutlich größer als normal. Hochsensibel gegenüber Licht erblindest du 50% schneller als normal. Die Sau. Ach, krass. Gut, da waren wir jetzt aber echt easy going für den, ne? Und die Creme auch. Boah. Aber jetzt... Welche Runde ist das jetzt? Wir müssen jetzt eigentlich einen Folgen-Break machen. Respekt. Ach so. Wir müssen eigentlich einen Folgen-Break machen, ja. Okay. Und das machen wir auch. Wollen wir nicht noch eine Wunde machen, weil die echt scheiße war? Ja, aber wegen Curry, ne? Das ist doch aber... Wir müssen noch wegen... Wir müssen noch an Curry denken. Dann lass mal Curry entscheiden. Ich... Ich will noch eine jetzt. Tobi, bist du doof oder was? Ich lad einen, einen Moment. Ich hab nur an deine Gesundheit gedacht, du Arsch. So. Was für eine Gesundheit? Das sind wir auch alle wach. Das Einzige, was mich gesund macht, ist, wenn ich mit dir Zeit verbringen kann. Ne, aber ich... Das beruht nicht auf mich. Aber das ist schon krass, dass... Ich bin froh, dass wir einen Killer kriegen, ne? Ne. Aber, ähm... Das wir... Das sollte eigentlich ganz sein, weil wir sind alle Rang 20, ne? Und kriegen dann so einen hochrangigen Killer. Ja, das wird zwei Killer. Das ist... Panik. Ey, ey, Panik. Die kriegen nicht mal da rum? Die kriegen nicht mal die Lobbys geschissen. Weißt du, die machen dann auch einen auf Spiele-Suche, oder was? Das kannst du vergessen. Die bei FIFA haben dafür 20 Jahre gebraucht. Und es klappt immer noch nicht. Jeden Morgen Team-Meeting. Jeden Morgen Team-Meeting gibt's erstmal Kaffee und Donuts. Tobi, alles. Die ganze Backliste auf so einer Tafel und dann lachen erstmal alle gemeinsam. Und gehen dann Kicker. So die richtige Family Guy-Szene einfach. Oh, schön. Boah, ist das warm jetzt. Vielleicht kann ich ja jetzt pinkeln gehen. Ja. Sollen wir... Sollen wir nochmal einen Cut machen? Ja, ich muss auch. Ich muss auch Pipi machen. Sollen wir? Ja, dann... Oder wir lassen einfach laufen. Ja, okay. Was meinst du jetzt? Ist auch schön. Ich kann da rein pinkeln. Komm bitte, lass uns jetzt finden. Äh? Nein. Bitte. Ich hab hier noch ne Blume, die muss eh gegossen werden. Das ist doch wohl ein Hohn. Das ist doch wohl ein Hohn, Alter. Du sollst eine halbe Stunde suchen, aber wenn du pinkeln musst, pinkeln. Alter. Ihr müsst bitte jetzt immer pinkeln wollen. Toll. Großartig. Oh, ich hab auch nicht so viel machen. Oh, ich hab auch nicht so viel machen. Ah, Fatschenpimmel. Oh, ey, komm. Lass mal jetzt richtig ab... Oh, ey. Okay, jetzt lass mal richtig richtig richtig. Wir gehen uns richtig gut vorhin. Vorhin hatt ich mir ne richtig geile Runde gehabt, Alter. Lass mal richtig absahnen jetzt. Was? Tanga-Kranz? Ah, den Tanga-Kranz? Geil. Den Tanga-Kranz. Ist sehr spät und wir sind immer noch hervormodizierend. Scheiße. Ich zeig dir heute Nacht meinen Tanga-Kranz. Er drückt ein Auge zu. Er zwinkert dir zu. Jetzt wirst du jetzt drei Mal bei dem Willen nicht bringen. Okay, jetzt schrocken. Ey, Thomas. Thomas, warte mal. Richtig Wollnis-Style. Warte mal, bleib mal da stehen. Ich wollte ganz kurz den hier machen. Ja. Was denn? Hier, guck mal. Hier. Ich bin chillen. Alter, geil. Zeigst du so fünfmal die Emotes oder was? Ich will nicht mal schlagen. Aua. Warte mal, ich will dir mal kurz im Gesicht rumfummeln. Warte. Ey. Es ist der Fallensteller. Oh nein. Ey, Thomas. Ey, ey. Hey. Du, Thomas. Du, Thomas. Ja, Tobi. Hey, Tobi. Der Tobi war das. Thomas, Thomas, warte mal stehen. Thomas. Tobi, Tobi. Ey, ey, du, Thomas. Ey, ey, Tobi, bist du's? Ähm. Oh. Genau. Oh. Okay, ich will verfolgen. Fuck. Lass uns mal wegrennen. Ich geh weg. Tschüss. Ne, Curry wird verfolgt. Oh ja. Easy going, Mann. Ist das ein Generator? Ich glaube, ich werde ihn mal nutzen. Ne, macht das nicht. Das ist böse. Ist das bei euch eigentlich auch so, dass wenn ihr mit einem anderem gemeinsam den Generator macht, dass ihr voll den Druck habt, dass ihr das richtig macht? Alter, Curry? Was denn? Ey, Curry, ist das dein scheiß Ernst? Ey, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich bin so ein Wichser. Ich hasse nicht Curry. Der Puls ist tiefer geworden. Hallo? Jetzt ist er wieder hinter mir hier. Alter, Curry, du Wichser. Boah, wie böse. Mann, hör doch auf. Ich kann mich nicht konzentrieren. Boah, Curry. Komm, dich rett. Kollegen, Schwein. Hier. Hier, schlag mich. Was machst du denn? Ey, das ist doch jetzt voll sinnlos, Mann. Lass uns doch nicht extra schlagen. Ey, ich hab ihn abgelenkt. Jetzt haut ab, Mann. Mann, ey. Gott, Mann. Komm noch mal rein, Curry. Du kannst dich doch nicht extra schlagen lassen. Geh noch mal raus und komm noch mal rein. Boah. Curry hängt gleich. Komm mal rein, Wolfsburg ist ein ganz anderer Mensch. Mann, wir haben auch dieses scheiß Perk. Hä, was? Welches... hä? Hä? Äh, was? Entkommen steht bei mir gerade. Oh nein, übernehmen da. Ich hab Punkte gekriegt, oder? Ich bin Level 1, 2, 3, 4, 4, 4. Na egal, ich krieg nur Punkte und ein Downrank. Für was? Was soll die Wichse? Hä? Schön. Alter verdient. Erste Hilfekasten. Ja, schön. Wir haben alle... Alle null Punkte, alle Disconnect bei mir. Schön. Außer ich, ich hab null Punkte und hab keinen Disconnect, aber hab dafür einen Rang verloren. Für mich. Das hat mir auch gehört, was er hatte. So, warte. Ich lad nochmal schnell ein. Hä? Das ist ja komisch jetzt, ne? Ich hab mein Werkzeugkasten verloren. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das jetzt komisch? Äh, ich weiß ja nicht. Äh... Hä? Alles klar, Curry. Seh ich genauso. Ich bin der Level verloren. Ich bin der Level verloren. Ich bin der Level verloren. Oder vielleicht hab ich ihn nicht verloren. Das kam mir so vor. Warte mal. Äh, kann ich jetzt pinkeln gehen? Ja. Ja. Ja komm, geh ich nicht. Oh nice. Meine Ausstattung ist verbuggt. Ich kann keine Ausstattung machen. Ah, jetzt. Okay. Ich bin verbuggt. Das ist mein Leben hier in dem Spiel. Ich kann meine Ausstattung ja auch nicht ändern. Wohlriechende Primilblüten. Oh nice. Oh nice. Ich bin wieder näher. Aus meinem Arsch. Da hab ich die gezüchtet. Thomas, drück mal bitte auf... Jaaa, Thomas hat grad Primilblüten aus seinem Arsch gedrückt. Thomas. Lass mir doch mal ein bisschen Zeit. Das brennt noch. Brilblumen. Ich kenn nur die alten... Die guten alten Brilblumen. Die Brilblumen, alter. Die 70er Jahre Brilblumen, alter. Die hat man noch auf dem Klo kasten, als ich Lütt war. Lütt. Klein. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, was ich ziemlich nice finde, ist die Allianz-Werbung, die die ganze Zeit im Fernseh läuft. Diese alte... Wer bist du mit Allianz versichert? Ja, ich find hier aber ungefullt stylisch, keine Ahnung. Ganz gesichert. Er kennt's ja gleich auswendig. Denn nur das Bündnis für den Augenblick, oder blaaa. War das nicht so? Ja, genau. Und Glück. Genau, genau. Die haben die jetzt irgendwie gemescht mit einer modernen Werbung. Total geil. Näh. Mach keinen Scheiß. Erzähl mal. Also das ist eigentlich genau gleich, nur Party. Weißt du, wenn du mich hier verarschen würdest, ey? Wieso verarschen? Ich bin jetzt hochinteressiert. Weißt du, was jetzt echt geil wäre? Was denn? Richtig schön pinkeln gehen, ne? Oh, wie viel... Weißt du, was richtig geil wäre, wenn du jetzt fertig drückst? Ja, Curry, du auch? Ja. Hey, ich hab doch... Ich bin auch fertig hier. Ja, aber es ist Buggy. Es ist Buggy. Was Buggy? Ich saß früher in meinem Buggy. Was war denn das für ein Buggy, bitte? Weißt du, er muss direkt wieder dissen. Aber ich bin dann der Böse. Oh, ey. Wie viel. Boah, Alter. Läuft bei dir. Ich würde gern mal... Weißt du, was ich mache? Ich glaube, ich schneide mal... aus dem kompletten Abend, den wir heute hatten, hier... die Lobby einfach zusammen und lad das hoch. Das war toll. Oh, ne, besser nicht. Boah, lieber nicht, Alter. Lieber nicht. Die furzen immer zwischen den Aufnahmen hier alle. Was? Echt? Liefern sie sich immer Wettkämpfen. Und deiner war aber Lautheit. Du hast gewonnen. Boah, warte. Habt ihr im Discord eigentlich auch noch dieses Bild, was der Currywurst gepostet hat? Hä? Äh... Ja... Das Thumbnail? Curry, du hast schon ein Thumbnail gepostet. Ach so. Ach so. Das hab ich da tatsächlich auch noch. Hatten wir jetzt auch in der Lobby das Thema eigentlich? Ja. Ah, cool. So, ja auch ganz gut. Was für ein Thumbnail denn? Ja, du hast doch ein Thumbnail gepostet, Mann. So, jetzt stell dich doch bitte nicht so blöd. Ach so, ja, ach so, ja, ja. Ja, ja. Fand ich cool. Los mit ihm. So, wer ist denn nicht bereit? Ich hab doch die ganze Zeit... Ich drück, weißt du, ich drück, da steht nicht bereit und dann drück ich bereit und dann kommt da nichts. Oh, geil, komm. Doi, sei fertig. Vielleicht kann ich ja jetzt pinkeln gehen. Ja, geh aber pinkeln, ey. Ich hole mir eine Salami jetzt. Ich würd so feiern, wenn das jetzt geht. Alter, wenn das jetzt nicht geht, wenn das jetzt nicht geht, dann geh ich aber wirklich pinkeln. Ja. Okay, geh, geh mal pinkeln jetzt. Searching for games? Ah, ne, geht nicht. Ah, geht nicht. Was? Ja, komm, mach. Druck noch einmal und dann geh pinkeln. Dann aber dann aber pinkeln. Okay, jetzt aber pinkeln. Ja. Mach doch einfach in der Aufnahme, mach doch. Mach doch mal nur noch die Kamera mit. Mach doch mal. Mach doch mal. Du bist so feige. Komm, mach. 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 Gern dann nach unten und drück immer drauf, solange der Pinkeln ist. Und dann dann wieder nach oben und drück hier drauf. Was, was bitte? Ja, hier bei, bei fertig. Du drück drauf, wenn ich pinkele? Nein. Hier bei, hier auf fertig, dein Charakter. Das wirkt doch ab. Das wirkt doch einfach ab. Du bist so krank. Ich bin krank. Du willst drücken. Hey, Curry, was soll das Y land da dazwischen? Ja, ich mach doch gar nicht, du Arsch. Jetzt bin ich der Arsch. Jetzt bin ich der Arsch. Jetzt bin ich der Arsch. Ich kann nicht mehr heute. Was denn? Warum hast du zwei Eichel, äh, drei Eicheln, Alter? Das, was ist mit dem Jungen? Der hat wahrscheinlich schon so, so ein Doppel-Wopper hat vorne einfach dran, weißt? Iiii. Doppel-Wopper. Aber auch mit Sesam, Alter. Iiii. Iiii. Oh, puh. Iiii. Oh. Curry. Oh, ich hasse meine Vorstellungsmacht. Schon wieder nicht? Curry, was ist los? Oh, jetzt, jetzt, pass auf, jetzt geht's los. Ich jubb der Sesam, oder was? Ich höre, ich höre, ich höre. Oh, Alter. Entschuldigung. Oh, es ist widerlich. Oh. Oh, komm, irgendein Killer musste ich doch. Wir müssen doch eine Folge danach aufnehmen, ne? Ja. Das wird so lustig werden. Aber ich wollte die Folge ja nicht beenden. Hey, Curry. Hey, Curry, Mann. Wir sind alle jetzt nicht erfällig. Das ist Searching for Games, Alter. Und alle waren wieder nicht bereit. Was ist los mit euch? Tobi, was los? Tobi. Da steht wieder nicht bereit, Mann. Das verwirrt mich immer. Ich sehe meinen eigenen Haken nicht. Das ist echt scheiße, Mann. Jetzt geht, jetzt passiert gar nichts. Toll, Tobi. Ist auch schön. Jetzt hast du kaputt gemacht. Ja. Geil. Jetzt ist alles kaputt. Ja. Wollen wir einen Schnitt machen? Eigentlich mal so gefragt. Kann man machen. Mit einem schönen Herrenschnitt. Ja, machen wir einen Schnitt. Die Folge wird eh über eine Stunde lang. Also, go. Ja, ja, ja. Du lässt die ungeschnitten, ne, Tobi? Ja, natürlich. Ich lass die ungeschnitten. Hauptsache Content, Hauptsache Playtime. Genau. Mit 30 Midrolls dann in der Folge. Über Starboard früher. Ja, dann cut. Da, da, da. Lass mal kacken. Auf geht's. Achso, ja, cut. Ich geh da kurz aufs Klo. Ja, okay. Biss ich auch. Ich komm mit Curry, warte auf mich. Ich komm mit. Hör auf, hör auf, hör auf. Oh, ja. Jetzt endlich. 1,7 Jahre. Wir haben uns grad total lang übers Kacken unterhalten hier. Ja. Es ging ums romantische Kacken. Also, ich sag nicht, aber es ging, äh, deutsch, ja. Wow. Tobi, willst du sagen? Warte, ich mach den hier. Du hast Hausrecht. Ich möchte Alpern. Das andere sag's aber nicht, ne? Das mit dem, mit der, mit dem Bernie. Was stellt hier, was stellt hier in den Kommentaren? Der düster, der düster Kniff. Hey. Bernie düsterig. Der düster Kniff. Der düster Kniff. Der düster Kniff. Die Legende von düster Kniff. Ich stell mir grad grad so vor, wie der, wie der Bernie auf dem Podhawk nachts, weißt du? Und da so. Hello darkness, my old friend. Schön. Und er sitzt da. Und kackt einfach aus. Schön. Oh, der Kniffige. Oh, der Kniffige. Oh, Kacken. Oh, Kacken. Ich fau in den dunklen Kacken. Das ist mir ein Rätsel. Weil, ich mein, oder? Du musst ja, du musst ja deinen Arsch auf die Schüssel kriegen und schon wieder der Geist. Oh, nein. Oh, der ist immer ein bisschen stressig, der Geist. Oh, ja, ja, ja. Ey, wie lang klingelt der denn? Der klimpert, glaub ich, der klimpert. Ja, der macht immer wieder neu. Weil er geil ist. Aber der kommt von da hinten, glaub ich. Ich hab den doch da gerade gesehen. Aber ich seh' mir so, das nervt voll. Ghost. 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 Boah, der ist ja mega ätzend. Toast. Ist voll der... Hat ja irgendwie Aufmerksamkeitsdefizit. Der läuft auch... Hey, Thomas! Thomas, warte! Nicht! Was denn? Ich bin im Schrank, aber nicht reinkommen. Das einzige, was ich bis jetzt gefunden hab, ist ne Kiste. Oh, 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 oh. Er ist genau neben mir und rügelt wieder ab. Ja, irgendwie macht der da bei mir auch irgendwie... Vielleicht singt der dazu auch. Was macht ihr beide da? Ey, das ist ja super spannend. Oh nein. Dieser Typ nervt so. Der nervt jetzt schon. Was für ein Wichser, wie hat der mich überhaupt gesehen? Der ist einsam, man. Komm, 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 komm! Jetzt lauft der die ganze Zeit mir her mit seiner Scheißglocke! Alter, geht der mir auf den Sack! Geh weg! Du verkackter Geist! Sollte Mittags! Alter, was ist denn das gewesen gerade? Das hab ich noch nie erlebt! Hi, Kevin! Das hab ich auch noch nie erlebt! Der ist aber noch hier, der Geist! Was ist mit dem? Äh, äh, ich bin geil! Was ist denn da los, Alter? Voll am Samper! Ach, der! Was ist denn hier los? Scheiße! Er ist mal voll am Sampern, ey! Du bist so ein Geist einfach! Oh, hi! Erzähl mir nicht, dass er mich schon wieder gesehen hat! Was ist denn? Hä? Oh, der greift es nicht! Das hättest du sehen müssen! Was ist mit dem? Oh, fuck! Er hat auch gehört zu klimpern, oder? Nee! Ich hab grad getanzt, der Geist und ich! Der greift aber auch nicht an! Hä, was will der denn von mir? What the fuck jetzt? Was? Hä, was mach ich denn? Ja, ich glaube, der freut sich! Cool, Leute töten! Die Frage ist, die Frage ist, hat er euch einfach so gefunden, auch wie mich gerade? Lala! Gumm! Bin super unkonzentriert! Aber da findest du echt lustig gerade! Glocken, Leute! Ich glaub wir kommen auch alle durch! Glocken, Leute! Glocken, Leute! Oh nein, Hilfe! Er hat mich gehaunt! Oh nein, Panduria! Ach, was lenkt mir doch die Klöten, Alter! Es gibt's doch gar nicht! Aber nur im Dunkeln! Nur beim Kacken! Ja, klar! Es ist echt spät geworden, ich mach hier nur Fehler die ganze Zeit, das ist echt mies! Tobi, jetzt konsensiere dich mal! Ich hab, er hab, er, Hilfe! Ja, doch! Ich hab, er hat... Was hat er gemacht? Der steht hier und guck mich an, total krank! Hey! Wie krank ist der bitte? Oh, hab ich guck mal! Abgehauen! Das war so Festplatten-Reset! Okay, da hink ich immer noch bei dir! Ist immer noch bei dir! Jetzt sind wir noch bei dir! Jetzt gerade nicht! Nein! Ein bisschen Herztopfen! Sehr gut! Davon hat grad jemanden... Sauber! Jo, man! Jetzt sind wir im Game! Ich rufe Tapama so lange! Oh, ja, ja, der hört mich, glaub ich, der hört mich, glaub ich! Scheiße! Oh, ja, er hört mich! Oh Gott! Er ist voll gegangen! Hä? Hä? Nein, Typ! Ich bin überhaupt gar nicht hier! Ich bin gar nicht hier! Wir werden nicht hier ganz locker easy! Hä? Der sucht mich! Der sucht mich! Der findet mich nicht! Ist ja geil! Das ist ja gut! Die Sache ist, ich kann mich hier aber auch nicht weiter verschicken! Ich bin dran an einem! Okay, der geht jetzt, glaub ich! Ah, Ikari ihn! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin dran! Oh! Was war denn? Also, falls jemand in der Nähe ist, äh, ich lieg hier so rum! Ich komme zu dir sofort! Ja, wir sind unterwegs! Ja, 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 ja! Ich recover so lange noch mal! Das war hinter mir her! Der Rive Express kommt! Er ist grad hinter mir her! Wo krieg ich jetzt mein Bier her? Wo krieg ich jetzt mein Bier her? Ich weiß nicht, wo, wo ihr seid! Er ist grad hinter dir her! Ich bin dran, lenken ihn ab! Dammit! Ja! Tobi! Sehr gut! Da ist der Curry gewesen! Das ist der Curry! Das ist der Curry! Curry ist der mit der Brille! Dort ist der Curry, Mann! Oh Curry! Sieht aus der Massage! Curry ist der, Curry ist der Schrill mit der Brille! So nachdem man... Scheiße! Nachdem man angehauen wurde, tut das natürlich! Glöte, 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 Glöte! Danke schön! Wird er mich jetzt so schnell gekriegt? Glöte, Glöte, Glöte! Komm hier! Guckt er mich jetzt auch an oder? Ja, mich nimmt er auf! Okay! Na gut! Dann soll es eben sein! Du kleines Geister rein! Wir holen dich gleich! Wir holen dich gleich! Wir kommen jetzt alle da raus! Komm so Psycho, wie der angefangen hat, gehen wir jetzt einfach alle flüchten! So Psycho hauen wir jetzt einfach ab! Ja! Wir stehen mal vor dem Ausgang... Ja! Mach doch der Ausgang! 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 Ich bin, ich hab gleich den letzten Generator fertig! Easy Go! Wir auch! Ich werde ihn schnell fertig haben! Ja, wahrscheinlich nicht für mich! Geil! Geil! Jetzt muss ich erstmal rapschen hier, das so geil ist das gerade! Ah ok, jetzt hat er mich wieder! Nein! Ich werde dich retten! Was für eine Enttäuschung! Doch das Leben geht weiter! Ich hoffe, er kämmt mich. Auf der anderen Seite. Das hoffe ich auch. Aber er muss ja jetzt einen Mord vorweisen, oder? Mein Name ist Tobinator. Das ist meine Geschichte. Okay, Tor öffnen. Vorsicht, der da am Ausgang ist, der Geist ist hier genau in der Nähe. Der hängt mich hier gerade genau hier am Haken. Story of Doom, Alter. Ah, da ist der Haken. Cool. So, wo ist er? Wo ist er hin? Der andere Ausgang ist offen jetzt. Hat er sich gerade vergeistifiziert? Ich glaube, aber ich weiß, ob er in der Nähe ist. Ah, scheiße, er ist. Ja, 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 ja. Okay, er steht da hinten am Baum. Er steht da hinten am Baum. Pan, Vorsicht. Ach komm, scheiße. Vielleicht schaut das... Schnell zum Ausgang. Schnell zum Ausgang. Lauf zum Ausgang, zum Ausgang. Warte, ich lege ihn noch mal ab. Kimberling, Kimberling. Komm, Perk-Chan! Das liegt euch im Stich! NOOOOO! Kimberling! Kimberling! Gewoll! Alter, hätte ich nicht gedacht. Boah, danke fürs Retten. Kimberling! Tobi, bist du frei? Wann ist los mit den Kimberlings? Wann ist los mit den Kimberlings? Oh, ich wollte ja noch mit meiner Taschenlampe, äh, ne? Das ist doch viel besser! Komm, Curry! Wollen, Mann! Geil! Ach, Curry war auch mal ein Ausgang. So, wie sieht's aus für euch beiden? Ich wink ihn mal zu mir. Sag mal, Curry, ich hab ne Frage. Ich hab ne Frage. Kackst du auch im Dunkeln? Ist das so Family Tradition oder ist das... Ist das so Next Generation weitergegeben? Sonntags ist immer Familien-Scheißtag. So. Ich... Alter. Heute machen wir Barters nicht aus, da gehen wir alle schön kacken. Andere spielen Brettspiele, wir scheißen zusammen. Vor allem, was geile ist, dann gibt's samstags bei den Dorisons bestimmt immer Sauerkraut. Was? Damit er doch ordentlich ballert mag wollen. Alter. Mist, kann was eingefallen? Ach, hier, The Friendly Killer. Das ist ja lieb. Wie süß. Lieber Friendly Killer, ganz liebe Grüße. Das war ne lustige Runde, sehr ungewöhnlich auf jeden Fall. Den engagieren wir. Ja. Du bist eingestellt. Alter Schwede. Mir ist eingefallen, als wir einen Stromausfall hatten, das war irgendwie ein paar... Ne, das war ein Tag, als wir Stromausfall hatten, da bin ich ja mit Lichterkette aufs Klo gegangen. Ne Lichterkette, die diese Batterie betrieben war, habe ich die Lichterkette mal genommen und bin damit aufs Klo gegangen. Hast du dir wieder noch umgehängt wie so einem richtig schönen Horrorfilm? Nein. Ich hatte da früher mal Kerzen stehen, das war auch schön. Dann läufst du so durch den dunklen Gang und... Ja, was ist wenn du einen falschen Furz machst? Dann brennt alles. Du furzt ja nicht auf die Kerze. Es sei denn, bei mir mockt das ganze Bad so dermaßen. Treibhausgase, Alter. Wo die Badezimmer sich so nach außen rülpt, die ganze Tür. Ah, das ist so schön. Geil. Okay, wir hören uns nächste Folge, ciao. Ja, wir sehen uns nächste Folge, ciao. Ja, komm. Ja.